So Leute, Song Request ist offen btw, aber keiner will was, normalerweise haut dir die größte Scheiße rein. Die wollen immer nur Song Request machen, wenn ein Game läuft so richtig. Die wollen immer nur dich ficken, glaub ich. Ja, ich glaube. So, Leute, Mikrofon, Lautstärke, Ingame, Musik und ... passt das? Gib mal kurz ein Stück Meldung. Did he say fisting, wer? Happy fisting. Happy fisting. Ha, der sagt echt fisting. Okay, dank schon. Digga, ich will endlich spielen. Hört auf zu passen. Die haben jetzt noch Pause gemacht. Ja, geht doch. Wieso gammelt jeder noch in der Base? Was ist mit dir? Der ist auf K. Ah, nein, Digga. Pause, Alter, Pause. Okay. Keine Pause. Ah, hier, Hunde, Alter. Der ist der erste Game, das ich schon habe. Guck mal, kaum spiele ich mit Dino. Als Moltiker, du ziehst du es über die Hunde an. Retards, überall. Der Support fehlt. Übrigens. Ja. Also, ich habe Speedbar schon gedroppt. Okay, wo ist denn der? Ah, da ist er. Ah, der Hund ist da. Ja, ja, jetzt ist er ab. Achso, du meinst Tier, ja, okay. Der Hund. Gleich mal beleidigen. Du. Nichts, Alter. Ahem. hmm Nein! Jawohl! Geh f***t und Oh Don't Your left tower is under attack Your right 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 tower is under attack Oh shit Ready 一ividades The enemies has been slain xt I can't do anything the Report Bist du konzentriert, was ist los? Redest gar nicht. Hey, wer? Du. Du redest genauso wenig. Hey? Ich hab das Gefühl, ich hab davor schon gesagt. Ja, Digga. Du hast mit die Ohren voll geredet. Was soll ich sagen, Digga, wie fühlt sich wieder an, zu zocken, nach einer Zeitraum? Rals Mord. Wie fühlt sich wieder an, zu zocken? Rals Mord. Wie fühlt sich wieder an, nach einer Zeitraum? Oh, da hat ihn erwischt. Stimmt. Liga, Kalis, links. Jo. 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 Joe. Jo. 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 Okay, stabil, den Huyi brauche ich mir auf jeden Fall nicht helfen. Dicke, ha! Habt ihr dich gefickt? Oh, jetzt habe ich es nicht geschafft. Guck mal! Warte, was schreibst du eigentlich? Der Hündchen! Der Hündchen! Das ist die Japanische, der Hund. Der Hündchen! Der Hündchen! Der Hündchen! ich gehe nach links ja ja die sind in der mitte pass auf ich bin auf dem weg ich habe ulti in drei karlis gesprungen ulti down ich habe akne er ist tot oh mann der ist echt noch gestorben okay weg von mir weg von bock auf den scheiß was war das kommt wieso komisch war sie kann ich schon fast tot ja doch aber hat sie überlebt die ist halt entkommen ja die hat den kukulkan gekillt irgendwo hier und ist dann abgehauen achso scheiß ich komme nicht dazu erst noch nicht kämpfen ja der soll in den tower gammeln da sind drei in der mitte Gefickt, Bitch. Nein. Er ist über die Ulti gesprungen. Okay. Your middle power is under attack. Noi. So. 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 Wie ist denn hier ADC? Geht so. Gut. Wie ist unser ADC? Besser. Geht doch weniger. Ah ok. Oh shit. Nein, Digga. Lauf, komm in meine Richtung. Wo bist du? Guck mal. Anu ist hier. Hütte den Hund. Jawoll. Die Scheiße geht wie rein. Ist der Retter? Ne. Nein. Ich sag zu dem. Ist ja gar nix. Ich sag zu dem. Ich holte den. Ich holte den an. Ich holte den. Ich holte den. Schreib das mal kurz. Ah. Cancel das. Cancel das, please. Your doors are mighty. Noti ist tot. Ja, ich hab hier keine Ulti gehabt, glaube ich. Jetzt schreibt der Pfeife in left. Stop du my line. Stop du doch dein line. Ich bin da. Ich lauf in meine Richtung. Ok. Ja du. Gott Alter. Ich fick mein Leben. Guck mal, nur weil der Kukulkan meinte, der muss irgendwie schreiben, Alter. Bin ich da gestorben? Hey Mann, wie konnte ich die entkommen lassen? Diese Kali kommt so knapp immer davon, Mann. Ja, ich höre es dir. Ich gehe nach rechts. Hier steht 4-1, was ist der? Ich habe das Gefühl, der stirbt die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, der hat kein Pressure im Land oder so. Aber ich glaube, der wird auch die ganze Zeit gegengt, Digga. Ja, ne, er wird gegengt. Äh, Serket kommt nach links, äh rechts. Wir pushen mal ein bisschen rechts, Alter. Oh shit. Serket ist bei Red. Ich gehe in die Mitte. Serket ulti down. Oh Gott, ich lebe noch. Digga. Wie habe ich das überlebt? So. Erstmal die Mid-Wave sneaken, Alter. Ich habe das Gefühl, ich bin auch leicht besoffen, Alter. Oh, Kali Mitte. Ja, ich komme jetzt nochmal nach links, Alter. Ich habe Ulti. Die hat bestimmt auch eine Ulti. Ja, egal. Wenn sie ultet, ulti ich sie. Rund. Sie ist in die Mitte. Sie ist in die Mitte. Ja, sie sind in die Mitte gestrungen. Ja, die sind alle hier. Oh, jetzt bin ich betroffen. Wir müssen hier aufpassen, weil Serket ist auch gleich da. Ich hab' hol' die, wenn du reingehen willst. Nee, die können da nichts holen. Schade. Pruscht einfach, die Midland. Ich gehe rechts. Bleib du mit, bleib mit. Ja, ja. Hm, 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 hm. Ich hab' nichts aktiviert. Wieso? Ich wollte Flick aktivieren. Ich hab' auch das Gefühl, wir spielen Arena hier, Alter. Ja, ist auch so, Digga. Ich hab' auch den. Aknikon? Ja, in der Fall. Ja, in der Fall. Komm schon, Tür. Fick ihn! Jaaa, feedet den Tür, ja. Oh, nein. We're getting started. Attack the Gold Fury! Okay. ähm, irgendjemand hat halt Speed gemacht, Diggy. Okay. Kugelkahn. Ich nehm den, okay? Jaja. Das heißt, ich nehm ab jetzt immer seine Midwaves. Egal, es stört mich nicht, dass Speed auch weg ist. Peace, Bro, peace. Die Kali hat Magiskloak geholt. Mhm. Attack, fire, giant. Attack, middle tower. Oh. Okay. Und wo ulti down? Okay, du bist auch hier. Ja, da hab ich gesehen, wenn ich meine Ulti nicht getroffen hab. Ja. Nein, hab ich echt nicht gesehen. Ähm, wir könnten nach links gehen. Ja. Ja. On my way. Gank, left lane. Ultimate is ready. Brauchst du nicht ulti, ne? Ja, der ist schon low. Okay. 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 Alter, wie bewegt er sich? Okay. Holte Tür. Ja. 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 Ich hab's gefühlt, ich form gar nicht. Aber dann seh ich, Carly level. Dann denk ich, okay, ich form doch. Das war grad aber voll komisch. Sir Cat hat Ede 2 eingesetzt und der Tür hat einfach mit der 1, das gekontert. Die wird 2 mit der 1 gekontert? Also die hat doch diese, wo sie auf zwei Götter wirft, damit sie sich gegenseitig angreifen. Das hat der Tür mit seiner 1 gekostet, mit seiner normalen Stance. Nicht der blauen. So, ist zwar komisch, keine Ahnung. Kali? Ja? Ich würde sagen, wir verfolgen die. Die hat kein Magiskloch mehr, aber ich erwischte sie nicht. Nein, scheiß drauf. Geh mal wieder nach links. Ja. Nimm mal den Tower oder so. Ich geh auf Anhur. Achso, ihr seid gar nicht da. Nee, Digga. Bist du okay oder soll ich kommen? Äh, Vulcan Beats, Anhur Beats, ich komm zu dir, Kali, komm zu dir. Ja. Digga, wenn du es irgendwie schaffst, von hier zu mir zu kommen. Ja, das schaff ich. Ja, du bist ja. Camp, 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 camp. You're pisser, Digga. Nice. Gut gewaltet, Alter. Wir pushen rechts. Ja, ich muss back. Haben wir Minions? Nee, haben wir nicht. Wir müssen mal Objectives machen, Alter. Ja, ich wollte gerade mit Tower nehmen, aber du bist abgehauen. Ja, ich war zu low. Digga, der Hand. Rechts ist halt nicht so viel, man eigentlich gerade rufen kann. Digga, Hauptsache, wir nehmen mal irgendwas, Alter. Ah, lass Gold machen, komm. Lass mal Fire einfach beheben, Mann. Das bringt nichts, da. Und wir haben die Goldführe, das kann ich nicht mehr machen. Sie hat alleine, ne, Apu, Juni und ich sind nicht mehr. Ja, ja, ja. Oh, schade. Digga, was macht ihr da? Ich hab keine Ahnung, die wollen nicht abholen. Geh einfach weg, Mann. Seit einer halben Stunde da, oder was? Die wollen nicht, Alter. Ah, ich hab's mal gemacht. Ah. Ich hab's mal. Ah. Ich hab's mal. Ich hab's mal. Ich hab's mal. Ich hab's mal. Ok, dafür opaust du gerade den Mid-Tower. Der ist ja eh schon low gewesen, der war eh schon voll an nach deinen Worten. Oh yeah. Der verfüßt sich einfach. Hey Hosner is back, danke für deinen Follow. Jo, dankeschön. Also der Tier ist, der lenkt in der Mitte ab. Ja. Ich hab 3000 Colt, ich muss mal weg. Ne, ne, bleib da, bleib da. Wir pushen weiter. Digger tankt doch einfach den Tower, Kollege. Er geht wieder auf Anholen. Der Tür könnte einfach mal. Er hätte nur kurz tanken müssen. Meine Fresse, Mann, das ist so schwer. Ist das zu viel verlangt? Ok, ich hab 4000. Brauchen wir Anti? Nein. Ne. Yo. Der Damage. Nein, er war zu weit weg. Der Tier, Digga, der muss einfach nur tanken. Der Hund, der ist volles Leben mit Ulti. Ja, ich weiß. Richtiger Hund. Guck, guck sie an. Dieser Tier, Digga. Sag ihm, dass er im Team spielen soll, sonst fick ich sein Leben. Juhu. Ja, keine Ahnung, was mit dem los ist. Immerhin nennt ihn jeder Hund. Ja, Mann. Wann ist der Goldfury? Attacke die Goldfury! Die brauchen nicht mehr. Dieser letzte Strich bei der Goldfury dauert immer gefühlt so lange. Der dauert Jahre. Übel, Alter. Digga, es bringt nichts dazu warten, wenn die noch nicht da ist. Kommt mal her. Sind die in der Mitte? Da ist ein Kuckoolein. Die machen Pyro wahrscheinlich nicht. Digga, ignorieren wir einfach das mit Tier, ok? Ja. Und ganken links oder so. Ich komm zu dir, du kannst kämpfen. Wir werden meinen Pyro auch die. Wir werden ihn mit dir. Willst du den Rancen, dann stecken. Darum egal, sie ist gleich. Ok, Galkfury? Ne, bei der Ne-Ne-Kommiermann pyro. Ok. Lass links pushen. Bevor wir Feuer machen. Okay, erst feiern. Ja, den Tower nehme ich noch. Wir können ja schon reden. Geh du schon mal mit ihm zum Feiern. Die wollen nicht. Achso, wir bekommen keine Feier. Wir bekommen nicht. Der Alu beats down. Der Triff kriege ich den Panikattack, wenn ich den... Er eskaliert aber komplett mit seinen Actives, wenn ich ihn einmal sehe. Links sind viele Minions. Ja. Ja, in der Mitte sind wir. Kali, hinter euch. Ja. Nein, das sind Uni, Uni, äh, die den Panikattacken. Seit wann kann man Kali in der Ulti nicht mehr ulten? Weiß nicht. Hä, wurde da was geändert, Leute? Hä? Muss ich mir nochmal anschauen. Komm schon. Phoenix, los. Nein, Digga. Guck dir den Phoenix an. Nein. Ja, aber die können nicht pushen. Ah, guck mal. Rechts sind, äh, scheiße viele. Die Fragezeichen, du holst auf so einem Zeichen. Scheiße, Mann. Ja, Schirmi. Alles klar, Mann. Hau rein. Jo, schön, mach's gut. Fuck, Alter. Jetzt verlieren wir den mit, Phoenix. Dein Ernst. Ja, der ist gerade weggedasht. Ja, der ist so low. Hm. Oh mein Gott. Ja, okay, gut. Scheiße, Mann. Die haben... Hei, hei, hei. Geht mal Tanki oder soll man Power holen? Braucht ein bisschen Tanki. Ja, ich glaube ein bisschen Tanki. Hm. Bis nachher, Schirmi. Danke. Jo, bis nachher, Phil. 2900. Scheiße, ist das so teuer. Hm, hm. Passworts, Digga. Also ich hab Boardsburger. Ja, ich hab gesagt Passworts. Was ist da? Und er ist tot. Digga, oh shit. Oha. Digi. Wenn er mir folgt, kann ich ihn retten. Weiß ich mein aber. Hm. Nein, Digga. Digga, Ali. Ja, okay, nicht so. Ja, ja. Ja, Google kannst du mit dem bisschen pushen. Nicht zu lang chasen, Digga. Wir spenden Vollzeit. Die sollen links pushen, die beiden. Ja, da können wir ja nichts holen. Also die pushen jetzt aber mehr. Ah doch, wir haben. Oh, bei denen ist ja fast jeder tot. Ja, drei sind tot. Deswegen sag ich ja keine Zeit zu schließen. Ich glaube, jetzt hat er immerhin gestorben. Kann das mal frei machen? Ja. Wir sind dumm. Alter. Da war nichts mehr zu holen. Wir haben Phoenix bekommen. Ja, platz dich. Hat's kein Code mehr dazu gegeben. Nein. Ist anscheinend zu tiefer, Lance. Man, das war knapp. Hat er alle Bomben drauf geschossen. Ja. Nein, 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 Digga, ich hab keinen Mana mehr. Alles gut. Oh, unwissfully. Dein Mana generiert sich auch schneller als dein HP genug zu haben. Oh, yeah. Oh. Was ist das? Das erste Game schon so. Ich mach grad vier Out-Attacks auf dem Minion und hab keinen einzigen getroffen. Ja, das ist ja gut. Wieso sind... Digga, wir sind nie gegroupt, Alter. Ja, ich muss kurz zurück. So. Ich komm dir nicht, ich komm. Guck mal, der Rui macht fucking Turples, Digga. 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 Das ist ja echt frist. Guck mal, ob ich den Anhold direkt cashen kann, wenn ich den Krieg so getroffen habe. Okay, da links, komm, da links war das schon Dings, komm. Boah, die haben ja alle Manager sein. Ich halt echt so, gell. Wo ist Tür? Okay, der wartet da. Ich hab Anhoher. Ja, alles klar. Warte. Ja, Digga. Noch fünf Ultis auf den, bitte. Du coolen. Ja, der tut voll saunen, Alter. Jawohl. Auf. Warte, warte, ich geh ein bisschen. Ja, passt. Tür ist ja noch voll Leben. Ja. Der Typ stirbt mich. Ich hab hier Magic genommen. Ich denk, der Scheiß Ulti. Oh, 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 oh. Dankeschön. Okay. Sollen wir auf den Titan? Ja, ja, klar. GG. Geht doch, mein Gott. Komisches Game. Oh, oh, oh. Oh. War unertlich lang, aber. Fickt euch, fickt euch. Fickt euch von Herzen, fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Ja, 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 Vielen Dank.